Diese Sendung wird präsentiert von Maona TV. Deine Videothek für spirituelle Filme. Online unter www.maona.tv Es ist leichter Lebenszeit, ein herzliches Hallo nach Hause. Schön, dass ihr bei uns seid und ich freue mich ja immer, wenn die beiden hier bei uns sind. Denn dann kommen wir ein klein wenig in das Let's Dance Feeling. Die Elisabeth und der Konrad heute mal wieder zu Gast. Heute aber mit etwas ganz Besonderem, denn heute wird nicht nur getanzt, nein, heute suchen wir auch noch den Superstar. Deutschland sucht den Superstar in Sachen Gesang, denn stimmlich wirst du heute auch den Tanz einleuten. Und ich freue mich sehr, denn ich habe die Probe schon gesehen und da kann sich wirklich jeder drauf freuen. Schön, dass ihr bei uns seid, aber das ist nicht das Einzige, was wir in dieser Stunde vorbereitet haben. Wir werden uns auch über das Dschungelcamp nochmal unterhalten. Eine Sendung, ne, Konrad hat sie glaube ich nicht gesehen, der weiß gar nicht, wovon ich rede. Ach, das kann man so nicht sagen, aber ich schaue sie nicht so oft. Du hast sie nicht gesehen, ja? Elisabeth, du auch nicht? Dann wisst ihr also auch gar nicht, wer es gewonnen hat, wer Dschungelkönigin in diesem Jahr geworden ist. Ich weiß aber, wer es weiß, Timo Wagenbach nämlich. Und wir werden auch über die Dschungelkönigin reden, denn eigentlich, und das ist das ganz Interessante dieses Jahr gewesen, die hätte gar nicht dabei sein sollen, sondern die war Ersatzkandidatin, weil Martin Semmelrocke durfte ja nicht einreisen. Deswegen ist Jamiya Ruben eingestiegen. Und am Schluss hat sie die Krone nach Hause geholt. Super. So ist das manchmal im Leben. Sympathieträgerin. Allerdings war sie das nicht immer. Und wie sich jetzt ihr Leben verändert, das werden wir natürlich mit Timo besprechen. Und dann haben wir auch noch die Brigitte Heidemann später, mit der ich heute, das ist nicht die Brigitte Heidemann, ihr Lieben, das war die Uschi Heimann. Die habe ich auch noch am Start, Brigitte Heidemann. Mit der habe ich heute auch schon vor der Sendung sehr, sehr viel gelacht. Übrigens ist sie später auch noch im Astro-TV-Shop. Und da sehen wir uns auch schon wieder. Jetzt aber erstmal die Tagesprognose von der Frau, die eben kurz mal im Bild zu sehen war, die Uschi Heimann. Viel Spaß. Ja, es ist drei nach halb. Da ist sie, die Uschi Heimann. Schön, dass du bei uns bist. Wir haben uns vor der Sendung noch gar nicht gesprochen. Das machen wir normalerweise doch immer. Das stimmt. Ich glaube, wir haben es beide heute so einig gehabt. Guten Morgen, liebe Zuseher und liebe Andrea. Da kann ich ja gleich mal fragen, ist das auch so ein bisschen heute die Prognose des Tages? Man hat es eilig, man vergisst das ein oder andere oder kommen wir in eine ganz andere Qualität heute? Da hast du ganz vollkommen recht, ja. Aber wir haben heute so eine schöne Tagesprognose. In der Früh war so viel Sonne, so viel Glückliches, so viel Schönes, das uns bewegt hat, dass wir ganz vergessen haben, miteinander zu sprechen. Und zu Mittag, ich habe ja wie immer auch für die Nacht heute gelegt. Und zu Mittag vertieft sich das Ganze noch. Da sind die Fische. Das wird sehr, sehr gefühlvoll. Wir können auch über Finanzen diskutieren. Also auch eine wunderschöne Prognose für Mittag. Und dann wird es ein bisschen stressiger, die Routen. Ein bisschen heftiger wird es dann am Nachmittag und so gegen Abend. Aber in der Nacht, das sind die Blockaden. Das heißt, wir tun alles weg von uns. Wir blockieren und wir sagen so und jetzt wollen wir gut schlafen. Alles in allem passt es auch zum Wetter heute. Ein bisschen Sonnenschein, die erste Karte. Eine wunderbare Tagesprognose. Eine schöne Nacht. Und dafür wird es morgen dann auch einen besonders schönen Tag. Nee, also dann kann man ja auch sagen, das Leben ist ja auch ein bisschen wie ein Wetterbericht, oder? Es ist ja nicht immer nur die Sonne, die bei uns ist, sondern ab und zu, da stimmt es ganz gewaltig, ab und zu, ja, da ist es auch mal richtig kalt, aber dann wieder angenehm warm. Das bedeutet, unser Leben hat auch diese Veränderungen. Und natürlich kann auch so ein Tag Veränderungen mit sich bringen. Und wir wollen die Menschen inspirieren, dass sie vielleicht genau den Augenblick des Tages nutzen, weil sie da vielleicht auf besonders gute Ideen stoßen. Und deswegen liebe ich unsere Tagesprognosen, Uschi. Du bist allerdings heute nicht nur für die Tagesprognose da, sondern du willst uns ein bisschen was in Sachen Liebe erzählen. Und da blicken wir mal in diverse Schlafzimmer, ja? Ist das richtig? Das ist vollkommen richtig. Weißt du, liebe Andrea, es gibt so viele Singles und ich versuche immer sie zu eröffnen, Herzöffnung. Und es gelingt mir ja wirklich zu 99 Prozent, muss ich sagen. Und jetzt gehe ich in der Sache noch ein bisschen weiter und schaue mir die Schlafzimmer an. Und du wirst es nicht glauben, so wie ich das für euch aufgezeichnet habe. Ich bin kein Zeichenprofi, aber man kann es schön erkennen, sind wirklich die Schlafzimmer von den Singles. Und da darf ich ein paar wunderbare energetische Tipps geben und auch ein paar wunderbare Feng Shui-Tipps. Und ihr werdet sehen, man kann da sehr, sehr viel mitwirken und mithelfen. Alles ist Energie, alles darf fließen und dann darf auch die Energie im Schlafzimmer fließen. Da bin ich mal sehr gespannt, welche Tipps du uns damit an die Hand gibst. Den einen oder anderen Tipp, den habe ich schon gehört, aber ich bin mir sicher, den werden wir von dir hören. Und wenn nicht, dann habe ich vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp für dich. Wobei, ich glaube, man kennt es. Aber Uschi, bis gleich. Ich freue mich auf jeden Fall. Und wer Uschi Heimerl übrigens jetzt nicht bei AstroTV sehen kann oder dort immer mal wieder verpasst, dem habe ich ja einen kleinen Tipp an die Hand zu geben. Denn auf der einen Seite könnt ihr unter www.astro-tv.de natürlich nicht nur unseren Online-Shop finden, sondern ihr findet dort auch die Lebensberater, ihr findet da auch die Programmplanung. Also auch da könnt ihr immer gucken, wann, wer, wo zu sehen sein wird. Es gibt unsere AstroTV-App, die ihr euch aufs Handy runterladen könnt, kostenlos selbstverständlich. Auch da gibt es den Livestream von AstroTV und auch da gibt es die Programmplanung. Aber wenn ihr seht, keiner ist gerade erreichbar, den ihr aber erreichen wollt, dann gibt es immer noch unseren Partner Questico. Und den könnt ihr erreichen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Denn da könnt ihr auch euch ganz unverbindlich anmelden. Also wenn ihr noch nie ein Gespräch mit einem unserer Lebensberater geführt habt. Und dann ist das Schöne, man schenkt euch 15 Minuten. 15 Minuten Gratisgespräch mit einem Berater eurer Wahl, der eben online ist. Und ich glaube in 15 Minuten, da erfährt man einiges von euch. Verschenken tun wir heute fast wieder etwas. 50 Cent müsst ihr in die Hand nehmen, aber dann könnt ihr gewinnen. Und zwar die Yoga Leggings von Freya Onassis. Im Wert von 77 Euro. Yoga ist ja auch ein Motto von Freya. Das heißt hier bei Fühl dich morgens, montags, zwischen 8 und 10 nach 8 wird ja ganz oft meditiert, yoga gemacht, gekocht. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr reinguckt und da habt ihr dann das passende Outfit dazu. Also die Yoga Leggings könnt ihr gewinnen. In dieser Woche müsst ihr allerdings wie immer eine Frage beantworten. Was ist eigentlich eine Yoga-Übung? Der Baum, der Busch. Der Baum, der Busch. 50 Cent bis Freitag. Toi, toi, toi. Astro Klatsch, Timo Wagenbach. Herzlich willkommen gleich. Wir haben wieder eine Königin. Timo, ich grüße dich. Servus. Und ich finde es so traurig, dass es schon wieder vorbei ist irgendwie. Also mir ging es zumindest so. Es hat so einen Tagesablauf ein bisschen strukturiert, dieser Dschungel. Und ich finde es toll, Jamila Ruwe, die Dschungel-Königin, wie sie das so schön sagt. Ich habe es ihr von ganzem Herzen gegönnt. Also wenn man auch mal die Auswahl hat, wer jetzt noch am Ende mit dabei war, vor allen Dingen auch. Aber so am Anfang hat er auch gesagt, Mensch, die hat es wirklich verdient. Wie ist eine ehrliche Haut, muss man auch mal sagen. Ah, da müssen wir aber noch mal ganz kurz fragen. Weil vor einigen Jahren war sie nicht ganz so eine ehrliche Haut. Ich erinnere an die Affäre mit dem Schweizer Politiker, wo sie sich für 10.000 Euro hat bezahlen lassen. Und im Endeffekt hat sie etwas gemacht, was sie wahrscheinlich heute bereut. Denn sie hat eine Familie zerstört. Genau, das meine ich ja. Also jetzt im Moment, die Konstellation, die sie jetzt hat im Grunde, sind vollkommen Ehrlichkeiten, was man da sagen muss. Weil ich fand es total süß, wie sie gesagt hat, ich brauche einen Kühlschrank und ich brauche einen neuen Drucker. Also das kann man ja für 100.000 Euro, man ist es jetzt auf jeden Fall. Aber ich habe sie auch gehört, weil sie hat vieles auch, sie hat alles probiert. Also man kann ihrem Dschungel ja nichts nachsagen, dass sie irgendwas abgelehnt hat, irgendwann nicht probiert hat. Ob es funktioniere, ist die andere Geschichte. Und sie hatte von den Konstellationen, also einmal hat sie jetzt einen sehr guten Jupiter-Sonne-Aspekt, das ist der Glücksplanet schlechthin, auf die Sonne. Das heißt, die ist jetzt wieder in den Medien. Die wird jetzt auch durch alle Sendungen geschleust, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, aber sie ist ja auch ein super Typ, aber was ich eben nochmal wissen will, und das ist eben das, was Astrologie ja einen eigentlich dann auch lernen kann, nämlich eine Veränderung. Ein Mensch, der vielleicht in irgendeiner Form auch mal Mist gebaut hat, der vielleicht auch mal nicht ganz so ehrlich gewesen ist, kann man erkennen, dass da auch im Horoskop sichtbar ist, dass sich sogar die Persönlichkeit in irgendeiner Zeit, in irgendeiner Phase verändert hat, weil sie ist jetzt wirklich zum absoluten Publikumsliebling geworden. Und das dadurch natürlich durch ihre Art, weil sie ja auch wirklich wahnsinnig sympathisch gewirkt hat. Ja, du musst dir vorstellen, das Horoskop, das Grundhoroskop bleibt natürlich logisch, aber man kann auch wirklich sagen, man verändert auch das Sternzeichen oder die Energie. Man geht alle 30 Jahre in eine neue Energie rein, je nachdem, wann man geboren ist. Also Jamila ist zum Beispiel, wenn du so willst, die ist ja Löwe vom Sternzeichen, aber am neunten Tag Löwe geboren. Also als Löwe war, war sie am neunten Tag quasi quasi da. Das heißt, 21 Jahre lang war sie Löwe und ist quasi danach in die Jungfrau geschlittert, wenn man so will. Und das ist eben diese Ehrlichkeit. Ja, die Beständigkeit und so, ne? Ja, wo man dann geht, ne? Löwe auf Partys und ich möchte hier reich und bla 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 und obsasa und ralala. Und danach geht es natürlich in die Waage, das ist die Harmoniesuche quasi, wenn du so willst, ne? Da ist sie natürlich jetzt auch, muss ich mal kurz gucken, mal kurz rechnen, da ist sie jetzt gerade angekommen vor zwei Jahren. Deswegen sucht die auch einen Partner, ja? Deswegen sagt die auch, wenn es Kinder, ich weiß, ich habe so viel falsch gemacht im Grunde und ich hatte eine bewegte Zeit im Grunde und versuche das jetzt irgendwie gut zu machen und ihre Kinder sind ja Mittelpunkt und das ist auch vage Thema. Also ich glaube, dass das auch wirklich eine Königin unserer Herzen geworden ist, weil sie hat sich wirklich sehr, sehr gut verkauft. Und man muss immer sagen, sie wäre eigentlich gar nicht dabei gewesen, wäre Martin Werdelrogge eingezogen. Also auch hier ein großer Glücksaspekt. Ich habe neulich ein Interview von ihr gehört, wo sie gesagt hat, sie fand auch, dass sie zu früh, sie wäre gerne lieber nächstes Jahr rein, weil sie dachte, gegen Lukas Cordalis hätte man keine Chance. Aber da hat sie sich vertan, weil die Chancen standen dann ganz gut. Ich mochte es nicht, dass er überhaupt ins Finale eingezogen ist, weil ich finde, der hat in irgendeiner Form tatsächlich so ein bisschen sein Gesicht gezeigt, wenn auch zu wenig. Ja, in der ersten Woche gar nichts, da war von ihm gar nichts zu hören. Da hat er mal kurz gesagt, ach, Mensch, Kinder, Sex wäre auch mal ganz toll jetzt hier im Camp, so sinngemäß. Und dann war von ihm eigentlich schon noch gemeckert zu hören. Ja, und nur noch, er braucht die Dschungelkrone, weil er sie wieder ins Hause Cordalis zurückholen möchte. Hallo? Ja, ist doch Schwachsinn. Also mach was dafür. Also sein Vater ist ein ganz anderer Schlag. Also der hat durchgezogen. Der Vater hat alles gemacht. Der hat damals die allererste Prüfung überhaupt gemacht. In der allererste, ich dachte, die allererste. Also der hat sich getraut. Und ich meine, Lukas Cordalis, okay, er hat auch quasi alles versucht mit dem Essen. Also ich weiß auch nicht. Man kann jetzt natürlich auch so dahingehend, man kann jetzt viel sagen, naja, der hat extra langsam gegessen, damit er es jetzt schafft, oder damit er es nicht unterschlucken muss im Grunde, damit er nicht ganz doof aussieht. Aber irgendwie mal ein bisschen Gas geben. Den Teamgeist hat er absolut nicht gehabt. Und so ein paar Sätze wie, naja, du bist ja im Heim groß geworden. Böse, 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 böse. Ich kann es nachvollziehen, weil ich glaube, ich hätte auch wahnsinnig große Schwierigkeiten mit diesen Essensprüfungen. Und ich finde, auch da muss das Dschungelcamp in der nächsten Zeit ein bisschen an dem Konzept arbeiten. Weil ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß, wirklich so viel totes Fleisch, so viel totes Tier auch als Deko-Element zu verwenden. Also es gab so ein paar Kritikpunkte, die ich dieses Jahr dem Dschungel wirklich ein bisschen vorwerfe und sage, Leute, da müsst ihr wirklich auch ein bisschen dran arbeiten. Weil deswegen kann ich auch verstehen, dass viele dieses Format mittlerweile einfach auch nicht mehr mögen und auch nicht mehr tolerieren. Aber selbst bei so einer Essensprüfung muss ich sagen, ich könnte es auch nicht. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Deswegen, wir sind immer die, die von außen gucken und sagen, hätte er mal ein bisschen Gas geben müssen. Das ist natürlich in dem Zeitlimit, in dem Zeittempo oftmals wirklich nicht zu schaffen, wie er sich dann nachverhalten hat und immer die Schuld irgendwie abgeben wollte. Das war nicht korrekt. Hätte er einfach gesagt, sorry, ich habe es nicht geschafft. Mir fehlte die Zeit. Ich habe es halt nicht runtergekriegt. Aber er war so unsympathisch dabei. Kein Teamplayer. Absolut. Und er ist ja auch Löwe, Prinz vom Sternzeichen. Also auch ein Alphatier. Und hat ja auch den Mond in der Jungfrau. Das ist immer so das Gerechtigkeitsding. Ja, also bei ihm ist alles so heile Welt. Also wo es darum ging, so sinngemäß, naja, Jamila sagte doch, sie ruft jeden Tag ihre Kinder an und manchmal geht sie ihm wahrscheinlich auf den Nerv und so weiter und hat dann geweint. Und Lukas dann so, naja, ich bin jeden Tag bei meiner Mama. Ich bin so, wo ich mir denke, ja, schön, heile Welt, aber das will keiner hören. Du hast weder was über Daniela Katzen. Man weiß nur, das ist der Mann von Daniela Katzenberger und der Sohn von Kostak und alles. Mehr hat man von dem Mann nicht erfahren. Und er hat sich sehr unsympathisch. Leider konnte es verkaufen. Aber doch eigentlich ein untypischer Löwe. Denn ein Löwe will doch in irgendeiner Form erscheinen und positiv. Und der erscheint ja eigentlich auch. Also was stimmt denn mit dem Lukas Kordalich nicht? Also was hat er denn da noch für Konstellationen, dass er einfach so schwammig wirkt? Na, was auf der hat. Sonne, Quadrat, Mars im Horoskop. Ein Grundhoroskop. Mars ist die Energie, ist die Power. Sonne bist du, ist das Erscheinungsbild. Und Quadrat ist ein Negativaspekt. Also das heißt, ich hätte es fast böse gesagt. Naja, der hat es schon recht leicht gehabt in der Gegenteil. Der wurde ja schon in so eine Familie reingeboren. Der hat jetzt nicht unbedingt vielleicht das alles tun müssen, was die anderen machen. Und wenn es da mal drauf ankommt, auf Teamgefühl, auf sich aufeinander abstimmen und so weiter, dann hakt es bei dem. Dann hakt es auch bei Löwen. Weil dieser Mars ist im Skorpion. Und Skorpion sagt, ich. Ich bin als erstes im Grunde dran. Und das ist falsch. Das sollte man nicht tun. Wir werden uns gleich noch ein bisschen weiter unterhalten über die verschiedenen Persönlichkeiten im Dschungelcamp. Auch über den neuen Moderator. Auch darüber müssen wir mal ganz kurz reden über Jan Köppen, der es auf der einen Seite gut gemacht hat. Aber da gibt es auch noch ein Thema. Außerdem sehe ich gerade dein persönliches Mars-Energiejahr 2023. Ein neues Horoskop, das du... Du bist aufmerksam. Deswegen liebe ich dich so sehr. Genau, das ist das Mars-Jahres-Horoskop vom 20.03.23 bis 20.03.24 auf die Mars-Energiegase bezogen. Letztes Jahr gab es das Jupiter-Horoskop. Und nächstes Jahr gibt es das Mars-Horoskop. Da steht alles drin, was dich in dem Mars-Jahr mit den Mars-Aspekten, mit den positiven Mars-Aspekten erwartet. Was man quasi angehen kann. Und wo man nicht wie Lukas Cordalis einfach nur angibt, sondern wo man was startet. Ah, okay. Also eigentlich auch etwas, was zum Beispiel die Persönlichkeitsanalyse noch unterstützen würde. Die Jahresvorschau vielleicht sogar auch noch unterstützt, weil eben andere Punkte angesprochen werden. Wir gucken mal, was wir jetzt gleich noch mal ansprechen zum Thema Dschungelcamp, mein lieber Timo. Jetzt sage ich erst mal vielen, vielen Dank. Weil bei uns geht es jetzt ein bisschen weiter quasi. Bin ich jetzt der Daniel Hartwig? Denn bei uns wird gleich getanzt. Es geht weiter mit Lustig, dass ich sage, ich bin der Daniel Hartwig und nicht sage, ich bin die Viktoria Swarowski. Das hätte man sich aber, glaube ich, auch nicht abgenommen, wenn ich ehrlich bin. Du willst ja auch jemanden, der moderieren kann. Ja, es ist, naja, die Marti hat sich da ganz gut eingefuchst. Wir wollen nicht ganz so böse sein. Timo Warnbach auf jeden Fall. Könnt ihr jetzt erreichen unter der gebührenfreien Telefonnummer, da könnt ihr euch auch in irgendeiner Form beraten lassen, welches Horoskop vielleicht das richtige für 2023 und euch ist. Denn es gibt Partnerschaftsanalysen, es gibt die Persönlichkeitsanalyse, Es gibt die Glückstage und auf die gucken wir jetzt als nächstes. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Timo Warnbach. Ich bin Medienastrologe und präsentiere Ihnen hier eine Auswahl meiner schriftlichen Horoskope und Horoskopanalysen. Heute Ihre persönlichen Glückstage für die nächsten zwölf Monate. Und zwar in der Liebe, Beruf, Finanzen, Karriere, Dating und der allgemeine Energie-Glückstag. Welche Glückszeiten erwartet Sie in den nächsten zwölf Monaten? Das erfahren Sie alles in dieser Horoskopanalyse. Eine Eigenentwicklung und aus jahrelanger Forschungsarbeit endlich für Sie erhältlich. Und es gibt auch noch eine Glücksfarbe dazu. Was es damit auf sich hat, steht hier alles drin. Was brauche ich von Ihnen? Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort. Und Sie erhalten noch exklusiv als Geschenk Ihr Radix mit den sensitiven Punkten und den Asteroiden auch noch mit dazu. Bestellen Sie jetzt unter der 0800 400 86 86. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Und ich freue mich jetzt, den Konrad und die Elisabeth begrüßen zu dürfen. Es ist ja immer schön, wenn ihr bei uns seid, weil ihr bringt uns auch immer wieder schwungvoll in den Tag. Das muss man sagen. Ja, und es geht ja auch darum, Menschen zu inspirieren. Und ihr wollt inspirieren, denn Tanzen, Konrad, ist auch ein bisschen Leidenschaft, oder? Richtige Leidenschaft. Ja, und ihr seid zwei Tanzpartner, Tanzfreunde, wie du das immer so schön sagst. Aber heute kriegen wir auch ein bisschen was anderes zu sehen. Also heute eine Kombination von Gesang mit Tanz. Genau. Ja, ich werde das ein bisschen ansingen, unseren tänzerischen Titel. Habe selber den Text dazu gemacht, zu diesem kleinen Stück des Entree. Ja, und mal schauen, wie es ankommt, wie es wird. Alles jetzt sofort parat. Ihr seid ja klassische Tänzer. Also ihr tanzt ja schon den klassischen Tanz und improvisiert nicht so sehr. Sondern es ist der Paartanz, den wir vielleicht auch öfters mal bei Sendungen wie Let's Dance zu sehen bekommen. Verändert der sich aber trotzdem auch immer mal wieder? Also mischt ihr Aspekte auch untereinander? Jedes Mal. Es ist ein Stück anders. Es gibt nicht diese vorgegebenen Figuren oder was. Es ist viel Improvisation, aber die muss natürlich zu dem Ganzen passen. Und eine Figur passt, muss zur anderen passen. Und das ist einfach, das kannst du nicht vorausplanen. Kannst du mit jedem tanzen oder muss da schon auch eine Energie da sein, weil es, obwohl der andere vielleicht auch Talent hat, aber man matcht halt nicht? Richtig. Natürlich kann man mit jedem Tanzpartner irgendwie tanzen. Aber da sind natürlich große Unterschiede. Ja, man spürt die Energie des anderen. Man spürt natürlich, auf welchem tänzerischen Level derjenige ist. Und das spürt natürlich der Tanzpartner bei der Tanzpartnerin genauso. Und hier beim Tango Argentino geht es ja wirklich um Improvisation. Das ist ja nicht so wie beim Standard und Latein, dass hier die Figuren so ablaufen. Immer der gleiche Ablauf, ja, wie beim Langsamwalzer. Immer das und das hintereinander. Tango Argentino ist wirklich Improvisation. Man muss sich ständig auf das Neue einstellen. Aber das ist ja auch das Spannende daran, dass man sich eben auch gut führen lassen darf als Dame. Und wenn das in der Einheit ist, dann läuft das auch ganz wunderbar. Das heißt, man hat nicht so die richtig festen Tanzschritte, sondern ihr geht dann schon auch aufeinander ein und ja, begleitet euch. Andrea, das ist wie das wahre Leben. Du kannst viel planen und trotzdem kommt es oftmals anders. Und immer situationbedingt, Andrea, geht natürlich auch der folgende, die folgende in dem Fall, darauf. Also kann es aber trotz alledem schon sein, dass jemand wie in so einer Sendung Let's Dance, guckt ihr sowas oder auch? Ja, ja, ja. Let's Dance, um Gottes Willen. Aber in so einer Sendung, wenn die Paare untereinander vielleicht nicht wirklich gut gemischt werden oder ein falscher Tanzpartner jemandem zugeordnet wird, dass da einfach die Chance für den Gewinn nicht ganz so hoch ist, weil er mit jemand anderem besser harmoniert hätte. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Knackpunkt. Profis können mit jedem, ne? Ja, aber mit dem jeden können, das ist natürlich, hat auch gewisse Nuancen, ja. Und man spürt es ja auch selber, wie denn die Energie ist und wie es passt oder nicht. Seit wie vielen Jahren tanzt ihr und hat das von der ersten Sekunde, also zusammen, und hat das von der ersten Sekunde gematcht oder hat man sich auch gefunden? Oder ist es wie Liebe auf den ersten Blick? Sechs, fünf, sieben, sieben Jahre. Ja, richtig. Es geht jetzt ins siebte Jahr jetzt, genau, ja. Ja, ja, genau. Ja, und es war schon so, dass wir uns relativ schnell zusammengefunden haben. Dann, habe ich ja schon mal gesagt, ihr wird es im Café Käse kennengelernt. Ich sah ihn nämlich im Disco Fox-Kurs und hatte damals keinen Tanzpartner und sah ihn tanzen und dachte, hey, das ist ein Mann, der hat tolle Bewegung. Und dann habe ich ihn danach aufgefordert. So war das nämlich. Und ich war schon am Gehen. Ja, dann bist du geblieben und zwar jetzt schon fast sieben Jahre. Und dann sind wir zum Tango und dann hat er mir erzählt, dass er auch Tango Argentino tanzt und haben wir uns da getroffen. Und so hat sich das dann entwickelt. Und heute werden wir dich musikalisch unter anderem auch erleben. Und was ist es für ein Tanz? Was werdet ihr uns gleich vorführen? Ja, das ist auch ein Tango, Tango Argentino. Ein bisschen in die Richtung Neo-Tango geht dieser Titel. Und ich habe dazu einen kleinen Text gemacht. Also wer eine Songreiterin sucht, bitte auch bei mir melden, gerne. Elisabeth ist sehr talentiert. Also da kann sich jetzt der Zuschauer auch gleich davon überzeugen. Denn ihr werdet mit uns gleich das Tanzbein schwingen. Nicht mit uns unbedingt, aber wir dürfen zugucken und zuhören. Ich freue mich sehr, denn ich habe euch ja schon beobachtet. Und das war, was man sagt, herz aller Liebsten. Ja, herz aller Liebsten. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch drauf. Und jetzt könnt ihr euch freuen, denn all unsere Berater könnt ihr natürlich auch immer online erreichen. Lebensberater natürlich über unsere Plattform Questico. Dann gibt es aber auch noch die bekannten Gesichter, die ihren eigenen Online-Shop haben. Wie zum Beispiel Stefanie Kralewski in ihrem kleinen Hexenlädchen. Könnt ihr sie auch finden. Und das Ganze ganz, ganz einfach. Wie ihr sie findet, das erzählt sie gleich. Thorsten Gabriel übrigens ist auch im Internet zu finden. Bei uns unter www.astro-tv.de. Aber auch hier kommen nochmal beide Erklärungen. Das Hexenkalender-Goldpaket für 2023 ist da. Der liebevoll gestaltete Hexenkalender erscheint bereits im 9. Jahr und ist ein umfassender Ratgeber für eine spirituelle Lebensweise. Über alle Religionen und Kulturen hinweg enthält er mehr als 350 praktische Anleitungen und Rituale zu den Themen Liebe, Lebensfreude, Glück und Finanzen. Starten Sie zusammen mit Stefanie Kralewskys Hexenkalender-Goldpaket in ein großartiges neues Jahr voller Freude und Leichtigkeit. Weitere Kalenderpakete und Ritualsets finden Sie online unter www.stefanie-kralewski.de oder am Telefon unter 030 95 61 9248. 5D Neuzeitenergie im Astro-TV-Shop. Unser Neuzeitschamane Torsten Gabriel begeistert seit 2016 als TV-Berater unsere Zuschauer. Wir freuen uns sehr, ihn als Partner im Astro-TV-Shop begrüßen zu dürfen. Zauberhafte Kartendecks, Seminare auf CD oder geführte Meditationen. Holt euch seine 5D-Produkte nach Hause und erhöht dadurch sofort eure Energie. 24-7 für euch online. Schaut gleich mal vorbei unter www.astro-tv.de So, die Uschi wollte uns ja heute ein paar Tipps geben, wie es im Schlafzimmer besser laufen kann und überhaupt, wie man jemanden findet, mit dem es im Schlafzimmer irgendwie besser laufen kann. Du hast eine Studie quasi gemacht und hast erkennen können, woran es liegt, dass man Single ist. Und zwar, ja, wie das Schlafzimmer aussieht. Andrea, da hast du vollkommen recht. Ich sehe immer wieder in den Energiefeldern von meinen ganz, ganz lieben Damen und Herren, die ich beraten darf über Questico und Astro-TV. Da ist im Energiefeld ein Partner beschrieben und ich reinige ja eh schon alle Energiefelder und mache alles, dass die Wege frei sind für eine neue Partnerschaft, dass der wirklich ins Leben rutschen darf. Und dann habe ich so einen wunderbar guten Vortrag gehört und dann habe ich mir gedacht, das ist ganz bestimmt was für deine Sendung. Dann habe ich angefangen, die Herrschaften zu fragen, ja, wie schaut denn eigentlich euer Schlafzimmer aus? Also ich bin jetzt keine Zeichenkünstlerin, aber ich hoffe, man sieht das. Und zwar, das ist das Bett, ja, und das ist die Decke und der Polster und das Nachtkasterl. So, was bedeutet das jetzt energetisch? Mein Bett klebt ganz in der Ecke, ja, und hier hat kein Partner Platz einzusteigen. Er hat keine Lampe, er hat kein Nachtkasterl, das geht gar nicht, ja. Also muss man schauen, wenn das so in einer Ecke steht, dann geht energetisch gar nichts. Und das nennt man nichts anderes als Eingangsblockade. Es gibt bei Häusern, bei Immobilien, gibt es ja so viele Eingangsblockaden. Das wäre mal ein super Thema auf Sendung, wenn es sich nicht verkaufen lässt. Und hier ist die Eingangsblockade wirklich so extrem, dass ein anderer nicht einsteigen kann, nicht den Platz hat, seinen Nachtkasterl hinzustellen, seine Lampe hinzustellen. Wir haben uns schon mit so einer Einrichtungssituation und Gestaltungssituation des Schlafzimmers, haben wir uns schon wirklich gesagt, so, ich will single bleiben, in Wirklichkeit traue ich mich ja gar nicht mehr. Zack, an die Wand und da bin nur ich, da habe nur ich Platz. Und darum sage ich für alle lieben Damen und Herren, die jetzt zuschauen, versucht einmal, das wirklich umzugestalten. Und wenn es nur 20, 25 Zentimeter weg ist, ja, und man kann, glaube ich, jedes Schlafzimmer so gestalten, wenn es jetzt nicht ein riesen, riesen X-Large-Bett ist, dass wirklich zwei Personen gemütlich einsteigen können. Es ist nicht nur so, dass man das Leihendurch besser spannen kann, wenn man links und rechts, das ist der Hausfond, aber energetisch ist es wirklich so, mit diesem Schlafzimmer, mit dieser Konstellation an der Wand, wird es definitiv nicht funktionieren. Also ich glaube, heute viele, Andrea, die deine wunderbare Sendung sehen, werden sich jetzt ans Einrichten machen und Möbel umrücken. Und ich habe noch einen zweiten Tipp, Uschi, den kann ich dir auch geben, weil zeig nochmal dein Bild bitte in die Kamera. Und dann kann ich noch einen Fehler erkennen, den man auch gleich wegmachen kann. Es geht natürlich um Platz und deswegen, wenn ich nur eine Bettdecke und nur ein Kopfkissen da liegen habe, fühlt sich auch kein Partner eingeladen. Feng Shui-technisch sagt man, schafft dem Partner doch auch gleich wirklich seinen Platz, seine Wohlfühloase. Dann muss ich halt zwei Kopfkissen beziehen und zwei Bettdecken beziehen. Aber was soll es denn? Aber wenn dann irgendjemand da ist, fühlt er sich halt auch gleich willkommen. Und ja, energetisch zieht man halt auch die Menschen an. Man soll auch irgendwo im Schlafzimmer immer eine kleine Schublade frei haben, damit vielleicht auch der Partner sogar auch gleich ein kleines Plätzchen hat, wo er so ein paar Sachen hinpacken kann. Das ist vollkommen richtig. Darum habe ich eine Decke gezeichnet, weil das ist so richtig ein Single-Bett, auch ein großes Bett. Und natürlich zwei Polster, zwei Decken. Und das hast du jetzt sehr, sehr schön gesagt. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Auch ein bisschen im Kasten Platz machen. Oder von mir aus nur im Vorzimmer, dass jemand seine Schuhe auch platzieren kann. Im Badezimmer ein kleines Schublädchen offen lassen, damit man vielleicht da auch seine Zahnbürste und was man halt so braucht, reinlegen kann. Genau. Und das ist ein guter Tipp. Und ich hoffe, damit funktioniert es. Jetzt kommt sowieso der Frühling. Und hoffentlich mit unseren wunderbaren Tipps funktioniert dann wirklich das Liebesleben ein bisschen besser. Ich habe gerade Konrad und Elisabeth da so ein bisschen beobachtet, die sehr aufmerksam zugeguckt haben. Hat es euch interessiert? Ist jemand von euch Single? Also hat jemand sich gedacht, vollkommen richtig? Vollkommen richtig. Vollkommen. Single-Gedanken. Aber trotzdem stimmt. Nichts hinzuzufügen. Also man wurde hier unterstützt, deswegen für alle Singles. Wenn ihr wirklich jetzt loslegen wollt und ins Frühjahr nicht mehr alleine startet, denkt mal drüber nach. Schafft Platz. Lasst die Menschen auch einsteigen. Heißt sie willkommen. Das finde ich ein wunderbares Thema, liebe Uschi. Und schön, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ja, es war sehr schön. Und ich hoffe, wir konnten sehr, sehr viele Menschen dadurch erreichen, dass die jetzt ein bisschen Möbel rücken und jemanden empfangen können. Das, glaube ich, ist ein sehr, sehr guter, wirklich guter, energetischer Tipp gewesen. Finde ich auch super. Und für alle die, die das jetzt vielleicht auch wirklich in Angriff nehmen, ihr könnt uns gerne Nachrichten schreiben. Entweder über Instagram, natürlich auch an unsere Leichter-Leben-Adresse. Also setzt euch gerne mit uns in Verbindung, wenn ihr vielleicht auch mehr von solchen schönen energetischen Tipps haben wollt. Aber vor allem auch, ob ihr diese Dinge auch umsetzt. Weil vielleicht passiert ja irgendwas und dann feiern wir die erste Leichter-Leben-Hochzeit oder so. Das würde mir gefallen. Dann würde ich auch wieder in die Rolle der Linda Nemol schlüpfen. Ich hätte damit kein Thema. Uschi, liebe Grüße, alles Gute. Und ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, beim nächsten Mal kommst du noch mal mit zum energetischen Tipp. Absolut. Ja, so wir können zum Beispiel machen. Ich kann das wirklich schön ausarbeiten. Warum gehen manche Immobilien nicht zu verkaufen? Auch eine gute Idee. Machen wir nächste Sendung. Reden wir beim nächsten Mal. Habe ich auch den Daumen hoch schon von Konrad bekommen. Also ist gebongt. Lass es dir gut gehen. Ganz liebe Grüße. Immer auch schön, wenn du bei uns bist. Sehr schön. Danke für die Einladung auf deine wunderbare Sendung. Baba. Schönen Tag euch allen. Bussi, Bussi. Bussi, Bussi. Bussi, Bussi. Okay, ansonsten ist auch Uschi Heimer natürlich über unseren Partner Questico zu erreichen. Inspiration wollen wir euch natürlich in dieser Stunde des leichteren Lebens geben. Aber es gibt eine neue Plattform, die nennt sich Maona TV. Und auch da bekommt ihr ganz, ganz viele Informationen, was es ist, was es da so alles gibt und wie ihr sie erreicht. Wir zeigen es euch. Sicher fragst du, warum bin ich hier? Du fühlst, irgendetwas stimmt nicht mit den Infos, die du dir hereinziehst. Jeden Tag. Es ist eine Traumwelt, in der du lebst. Ein Gefängnis. Mein Sportsfreund. Das sich mystisch anfühlt und daneben. Und was jetzt kommt, ist vermutlich die Chance deines Lebens. Welche Chance? Wofür? Deine Chance, wieder Lebensfreude und Inspiration zu erleben, anstatt den Einheitsbrei, den du dir das Fernsehen reinziehst. Und was muss ich dafür machen? Du musst eine Wahl treffen. Du hast die Wahl. Maona TV, der Streaming-Sender mit Sinn. Verändere dein Leben. Verändere die Welt. Über 1500 Videos im Programm. Exklusive Inhalte. Werbefrei. Jede Woche neu. Filme aus den Bereichen bewusste Spiritualität, Gesundheit, Ökologie und neue Wissenschaft. Teste Maona TV jetzt 14 Tage kostenlos unter www.maona.tv Der zweite Talktime unserer Dschungelfase. Und danach können wir all die, die es nicht interessiert, beruhigen. Dann hören wir auch auf, darüber zu reden. Aber wir müssen natürlich noch einmal ganz kurz darüber reden, was sich so getan hat. Wie hat dir denn der Dschungel in diesem Jahr so generell gefallen, Timo? Also ich fand es wieder toll, dass es hell war, dass es im Ursprungsland war. Das war schön, weil letztes Jahr war es schon ein bisschen komisch in der Dunkelheit. Ja, neuer Moderator, neuen Spirit natürlich auch da reinbekommen mit Jan. Aber auch da muss man sagen, ja, ich finde Jan Köppenkut. Der hat sich zum Beispiel einen wunderbaren Take-Me-Out reingekloppt und hat ja seine eigene Farbe reinbekommen. Beim Dschungel ist es ihm jetzt so ganz gelungen, wie ich finde. Naja, also ich finde ja auch, der Wechsel von Dirk Bach zu Daniel Hartwig, der war schon spektakulär, weil man sagen muss, es waren zwei komplett unterschiedliche Typen. Also Dirk Bach war Dirk Bach großartig und wir haben ihn geliebt. Dann kam Daniel Hartwig mit seiner ganz eigenen Art und man hat sich an ihn gewöhnt und der hat das in der ersten Phase wirklich toll gemacht. Und jetzt kommt ein Jan Köppen und man macht aus einem Jan Köppen einen Daniel Hartwig. Und das habe ich nicht verstanden. Also der hatte das gleiche Styling, der hat in irgendeiner Form genauso agiert. Und da würde mich natürlich interessieren, was ist er denn für eine Persönlichkeit? Also ist er so ein Fähnchen im Wind, der kein richtiges Durchsetzungsvermögen hat? Weil ich hätte gerne gehabt, dass er so ein eigenes Gesicht zeigt. Ich auch, weil er ist frech. Er ist erstmal Fische vom Sternzeichen. Da haben wir schon mal den kleinen, aber feinen Knackpunkt Fische. Tun gerne mal Sachen, die sie vielleicht nicht unbedingt so überzeugt sind. Auf der anderen Seite hat er aber auch viel Widerenergie, das heißt Maß. Das heißt, wenn ihnen die Freiheiten gelassen werden, die nicht klappen, die wurde ihm einfach nicht gelassen beim Dschungeln. Die haben einfach die Hemden von Daniel noch übrig gehabt vom letzten Jahr, die er eigentlich vielleicht dieses Jahr ansehen sollte. Und haben denen einfach mal dem Jan Köppen das gegeben. Das funktioniert so nicht. Man kann nicht imitieren. Auch Dick Bach hatte spektakuläre Outfits an, aber das waren Kostüme. Und bei Daniel ging das weiter mit den Hemden im Grunde. Und Jan Köppen ist halt schon eine andere Hausnummer im Grunde. Der kann, wenn der will, aber ich glaube, den hat man einfach nicht gelassen. Ich glaube nämlich auch, dass der eigentlich ein ganz guter Moderator ist, aber so ist er einfach nicht irgendwie wirklich, er hat nicht sein eigenes Gesicht gezeigt. Wer sein Gesicht gezeigt hat, war einer, von dem wir zwar auch wussten, dass er sein Gesicht zeigen wird. Auch das kritisiere ich ein bisschen in diesem Jahr am Dschungel. Denn normalerweise sollen ja die Promis im Dschungel ihr wahres Gesicht zeigen. Die Masken sollen fallen. Durch diese ganzen Reality-Stars wissen wir einfach, wie sie sind. Also ein Gigi hat sich nicht anders verhalten als das, was wir wussten, wie er sein wird. Also er hat weder positiv noch negativ überrascht, aber er hat es halt gut gemacht. Weil er halt wirklich so eine Persönlichkeit ist, die die Zunge auf dem Herzen trägt. Sagt man das so? Keine Ahnung. Aber die einfach so ganz natürlich normal ist. Nein, nicht normal, aber du weißt, was ich meine. Ich war, ja, ja, in seiner Welt normal. Ich finde ihn auch super. Ich fand ihn am Anfang, dachte ich, oh Gott, nervig, Reality, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der hat sich gemacht, und man muss ja auch eines sagen, also er hat ja auch was durchbrochen. Er hat zum allerersten Mal sich gegen das Team gestritten und eine Pizza gegessen. Das gab es ja jetzt auch nicht wirklich. Aber die standen dazu. Also ich meine, die haben zwar Anlaufschwierigkeiten gehabt, um das dann mal mitzuteilen. Ich glaube, er hat das hochgemacht. Aber die standen dazu und haben das alles ausgehalten. Also das heißt, selbst wenn er weiß, ich habe einen Fehler gemacht, oder hey, vier Eier, das bringt nur für uns elf Leute, überhaupt nichts, bestand er zu seinen Fehlern und hat wirklich durchgezogen. Und fand ich auch, er hat wirklich in vielen Gelegenheiten süß reagiert und vor allem auch im Konflikt mit Lukas hat er es wirklich auf den Punkt gebracht. Also das kann man nicht anders als sagen. Leider Gottes war es so. Ja, und weil du die Pizza-Geschichte gerade angesprochen hast, haben wir auch ihn so erlebt, dass er ein bisschen enttäuscht hat, weil der ist der große Held im Sommerhaus geworden, weil er sich da so wahnsinnig nett und sympathisch auch mit seiner Frau, Freundin, verkauft hat. Im Dschungel allerdings, weiß ich nicht, war die erste Woche okay. Und dann hat er wirklich auch so ein bisschen nachgelassen, der Cosimo. Also das Problem ist, der hat gerade einen Höhenflug. Der hat Jupiter im Quadrat zur Sonne im Moment. Sonne bist du, wie gesagt, Jupiter ist das große Glück. Aber ein Quadrat ist, das gönnt dir im Grunde keiner. Der sagt jetzt, ey, ich habe Sommerhaus, ich habe dieses Reality. Der hat dann so ein anderes Reality-Format, Spielplus oder irgend so was, was bei RTL läuft und dann macht er jetzt nur seinen Dschungel. Der hat so ein bisschen den Boden verloren, versucht aber noch normal zu bleiben. Das war beim Sommerhaus eben noch nett. Das war das erste Format seit Jahren wieder und da waren wir wahrscheinlich sehr dankbar drüber. Naja, wir werden sehen, was passiert. Also ich glaube, ganz Deutschland hat sich auf jeden Fall für die Dschungelkönigin gefreut, denn die war wirklich sehr, sehr sympathisch. Meine Lieblingsfrage jeden Tag, den sie sich gestellt hat, war, soll ich heute einen BH tragen? Soll ich heute einen BH tragen? Ich habe es geliebt. Und ich freue mich natürlich, Jamila öfters mal wieder im Fernsehen zu sehen. Und das ist eben auch eine Frau, der man es wirklich richtig gönnt, weil sie so liebreizend gewesen ist, auch wie sie über ihre Kinder, über ihre Familie redet und was sie so eigentlich alles so vorhat. Der drückt man einfach nur die Daumen und denkt sich, toll, dass die nochmal eine zweite Chance vielleicht auch bekommt. Und man muss ja sagen, jeder auch bei diesem Countdown vor der Sendung, jeder war mit Jamila. Also Hauptsache Lukas gewinnt, nicht wahr? So diese Countdown-Geschichte bei RTL. Und jeder hat gehofft, man muss aber eines sagen, weil er sich die Votingerbiegensee anguckt, weil Lukas und Jamila immer abwechselnd an oberer Spitze, die anderen hatten nie eine Chance und Gigi kam erst am 16. Tag auf Platz 2. Also es wäre knapp, Lukas wäre eigentlich ganz knapp Zweiter geworden. Ja, aber dann die Endwahl war dann schon ganz klar, Jamila. Timo, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal. Nächste Woche werden wir uns da mit anderen Themen natürlich beschäftigen. Und wer sein eigenes Horoskop haben möchte, vielleicht auch das neue persönliche Mars-Energie-Jahr-Horoskop, der kann das jetzt bestellen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Also ruft da gerne an, dann erreicht ihr auch den Timo und der kann euch weiter beraten. Timo, alles Liebe, alles Gute. Bis denne. Bis dann. Ciao, 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 ciao. Jetzt wollen wir mal wieder auf die Tage gucken, Montag bis Freitag, denn da gibt es etwas Wunderbares im Programm und da könnt ihr euch auch inspirieren lassen. Um 8 Uhr morgens startet Fühl Dich. Da wird meditiert, da wird gekocht, da wird ganz viel angeboten. Also auch wenn der Wecker jetzt um 6 klingelt, habt ihr zwei Stunden Zeit, bis Fühl Dich wirklich losgeht. Ich kann es nicht lassen. Entspannen, loslassen, Kraft tanken. Starte mit unserer Sendung Fühl Dich ausgeglichen und kraftvoll in Deinen Tag. Ob mit Meditation, Bewegung, vitaminreichen Rezepten oder Tipps zu mehr Achtsamkeit. Hier bist du genau richtig, wenn du dir etwas Gutes tun willst. Fühl Dich Montag bis Freitag um 8 Uhr nur hier auf AstroTV. Habt ihr den 6 Uhr Wecker gesehen? Nein, Sie haben es endlich geändert. Sie haben es endlich geändert. Man muss nur ab und zu mal in der Öffentlichkeit ein bisschen meckern und dann zack, den 6 Uhr Wecker mehr. Freue ich mich sehr. Elisabeth und Konrad werden uns jetzt bezaubern. Das muss man wirklich sagen. Deswegen, ich mache Platz, ich mache die Bühne frei und ihr legt so richtig schön los. Genau. Viel Spaß dabei. Du singst. Du tanzt Dich endlich wieder frei, mein Herz. Oh ja, ich spüre es genau. Du fliegst gen Himmel, 1, 2, 3, mein Herz. Und alles strahlt so herrlich blau. Du tanzt Dich endlich wieder frei, mein Herz. Was gestern war, ist einerlei. Das heute nimmt uns in den Arm, mein Herz. Und alles ist so gut und warm. Die Zeit weit stehen, wenn wir uns sehen. Und alle Engel für uns flehen. Und alle Engel für uns. Wenn wir uns sehen, dann geht's. Musik Musik Applaus Applaus Die Jene Heidelmann ist auch schon im Studio angekommen Das ist doch herzerwärmend Und ein toller Text, ein tolles Lied Das ist so diese Zeit, in die man sich sofort so ein bisschen Marlene Dietrich... Also man fühlt sich sofort irgendwie an eine andere Zeit zurückversetzt Genau, auch mal ganz gut Ja, großartig, großartig Du hast gesagt, den Text hast du selber geschrieben Also ich muss mal fragen, hast du dann an Konrad auch wirklich so gedacht Oder ist es einfach so ein Text, wo du gesagt hast, das passt jetzt so richtig Doch schon, nein, das passt schon Wir sind ja auch freundschaftlich sehr eng verbunden Wir haben tolle Sachen erlebt in den letzten Jahren gemeinsam bei euch Und auch im ZDF damals, bei RTL waren wir eingeladen Und schöne Sachen Und da hat man ja schon eine Verbindung und das inspiriert auch Ja, und es geht eben auch wirklich darum Und deswegen liebe ich das, wenn ihr da seid Weil ihr auch nicht mit 25 quasi euch gefunden habt Sondern einfach den Mut dann irgendwann mal hatte Elisabeth hatte den Mut, Konrad einfach mal anzusprechen Genau Der gefällt mir Ich frage jetzt einfach mal Mehr als nein kann man ja nicht bekommen So ist es, man muss es probieren Und deswegen ist es natürlich auch immer sehr, sehr schön Wenn jede Menschen Mut macht und sagt, fangt ruhig an Richtig Weil Tanzen bevögelt, oder? Egal, liebe Damen Ü50, Ü60, Ü70, Ü80 Könnt ihr alles machen Es ist nie, nie zu spät Genau Nie zu spät Nein, und man sieht eben auch wirklich, dass Tanzen glücklich macht Das sieht man in euren Gesichtern Und ich freue mich natürlich schon auf das nächste Mal, wenn ihr wieder kommt Und vielleicht dann nochmal eine andere Überraschung mitbringt Vielleicht sieht dann der Konrad auch Er hat es schon mal getan Aber gibt es für euch noch irgend so Träume, Pläne, die ihr noch umsetzen gerne würdet? Ach ja schon, es ergibt sich ja immer aus einer Begegnung die nächste Und Konrad hat ja auch große Projekte Ja, wir haben das ja heute schon leicht angesprochen Mal sehen, was daraus wird Würde mich freuen, wenn wir zum Ergebnis kommen Ja, ich bin mir sicher, dass sich da viele Dinge tun Wir können es ja schon ein bisschen erklären Ihr tanzt natürlich nicht, sondern du willst oder willst wieder in die Unternehmung gehen Und natürlich in Zeiten, in denen wir heute leben, Energiekrise Da muss man natürlich auch umdenken Und viele wissen gar nicht, wie kann ich denn umdenken? Was brauche ich? Um vielleicht wirklich auch gut durch die nächste Zeit zu kommen Auch für unsere Zuschauer bestimmt ein interessantes Thema Um zu sagen, welche Möglichkeiten es gibt Und da ist der Gedanke gerade da Und es ist nicht nur das Wollen, sondern es ist ja auch eine bestimmte Verpflichtung Und wir werden nicht mehr hinkommen Diese Energiesituation so zu ändern, dass es wirklich passt Und ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt Es ist auch eine gewisse Verpflichtung, die wir Auch wenn wir es vielleicht gar nicht mehr dann so erleben werden Aber wir haben trotz alledem die Verpflichtung Es besser zu machen als das, was wir kaputt gemacht haben Weil wir sind auch ein bisschen verantwortlich dafür, dass so viel schief gelaufen ist Vollkommen richtig Wir möchten auch in 20 Jahren noch bei dir sein Insofern ist es ein ganz wichtiges Anliegen Davon habe ich ja nicht geredet Aber ich hoffe, dass wir in 20 Jahren noch nicht ganz tief unten am Boden zerstört sind Sondern dass wir da alle noch ganz glücklich auf dieser Welt sind Vielen, vielen herzlichen Dank Das war ein großes Fest Gerne Noch ein bisschen bei uns Brigitte ist jetzt gerade gekommen Ja klar Und die frage ich jetzt auch gleich, ob sie gerne das Tanzbein schwingt Aber bevor ich das tue, will ich euch heute nochmal erinnern, dass es eine schöne Verlosung gibt Ihr wisst ja, die Yoga-Hose von Freya und Nasses Die findet ihr im Übrigen auch in unserem Astro-TV-Shop Also wer sie nicht gewinnt, der kann sie dort natürlich auch unter www.astro-tv.de bekommen Im Wert von 77 Euro Und ihr müsst eine Frage beantworten Ich glaube, die ist machbar Was ist eine Yoga-Übung? A, der Baum Oder B, der Busch 50 Cent müsst ihr außerdem investieren Aber es lohnt sich mitzumachen, in den Lostopf zu kommen Ich drücke die Daumen Freitag, 10 Uhr Bis dahin ist der Anrufbeantworter geschaltet Toi, toi, toi Die Yoga-Hose findet ihr im Astro-TV-Shop Aber da findet ihr nicht nur die Yoga-Leggings von Freya und Nasses Sondern da gibt es auch ein Produkt? Zwei Produkte? Zwei Produkte Zwei Produkte Zwei Produkte Zwei Produkte Zwei Produkte Zwei Produkte Zwei Reprodukte Zwei Kunden Trennung waren oder Menschen auch, die noch nie in einer Partnerschaft waren, wie schrecklich das ist, diese Einsamkeit auszuhalten, weil es ist nun mal so, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude und das ist einfach kein dummer, platter Spruch, sondern da ist ganz viel dran und daher habe ich damals eben gedacht, okay, ich mache so eine Art Meditation, Hypnose für die Menschen, die vielleicht schon fünf oder zehn Jahre, habe ich ganz oft in den Beratungen, die schon den Mut verloren haben, sich wieder zu zeigen, sich sichtbar zu machen, zu öffnen. Und man wird ja auch ein bisschen komisch im Alter, das muss man ja auch sagen. Ja, wir hatten vor der Sendung auch das ein oder andere Gespräch. Das ist nun mal so. Aber man muss sich wieder öffnen und man darf den neuen Partner vielleicht nicht verantwortlich machen für das, was der alte Partner vielleicht schlecht gemacht hat. Nein, um Gottes willen und das passiert leider ganz oft, dass man unbewusst das teilweise sogar überträgt. Aber hier geht es auch erst mal um die Eigenliebe. Genau. Aber du hältst jetzt eine CD in die Kamera, aber eigentlich ist es doch keine CD, oder? Nein, nein, das ist das Muster. Das Cover. Das wurde ja mal entwickelt. Genau, gib mir das mal. Und das jetzt als Audio, also digital. Genau, deswegen müssen wir das vielleicht ganz kurz erklären. Es gibt auch bei uns im Astro-TV-Shop ein paar digitale Produkte. Das heißt, die müssen nicht verschickt werden, die kann man sich wirklich direkt vor Ort runterladen. Finde deine Liebe, das ist eben auch diese Audio-Meditation, die man aber unter www.astro-tv.de findet. Das heißt, da gibt es keine Versandkosten, die kann man jetzt auch bestellen. Nee, die kann man zum Beispiel nicht bestellen unter der gebührenfreien Telefonnummer, sondern die kann man nur online bestellen. Und da gucken wir jetzt einfach mal auf unsere Partner im Astro-TV-Shop, nämlich auf unsere Internetseite. Und dann gehen wir auf die Suche. Audio. Bisschen schneller, John. Ich höre alles, was du gerade sagst. Das ist aber sehr schön. Dann finden wir auch die Brigitte Heidemann. Und da ist sie. Die CD, die sie hier nur als Anschauungsmaterial mitgebracht hat. Und wenn man die dann aufklickt, dann lädt man sie sich quasi direkt auf den Computer runter. Das ist genial. Das ist genial, sagt sie. Klar. Das ist wirklich genial. Und wenn man sie dann geladen hat, dann kann man sie sich wie ein Hörbuch, wie ein Podcast einfach mal anhören. Und natürlich auch mitmachen. Wie lange ist sie? Also wie viel Informationen bekommt man? Das ist etwa so bei 30 Minuten, glaube ich. 36, da sehe ich. 36, 55. Und reicht das, wenn ich sie einmal höre oder mache ich diese Meditation immer mal wieder? Mehrmals, mehrmals, weil das ist wirkungsvoller. Und das Gute ist, weil es ja hypnoseähnlich ist, dass du sie auch im Bett hören kannst. Du kannst sogar dabei einschlafen oder auf dem Sofa, wenn der Computer alles sich anhören, einnicken. Weil die Botschaften gehen am Unterbewusstsein vorbei, direkt am Bewusstsein direkt vorbei ins Unterbewusstsein. Das bedeutet also... Und es stärkt das Selbstbewusstsein, die Eigenliebe. Und ich kann es manifestieren in meinem Kopf, verstehe ich es dann auch. Alles, was du uns damit auf den Weg gibst, das kommt dann an der richtigen Stelle an. Und nicht nur im Kopf, sondern auch da, wo es hingehört, im Herzen, oder? Ja, richtig. Das ist was sehr, sehr Schönes. Denn, ich glaube, und das wirst du bestätigen, du bist ja im Moment auch bei AstroTV, da kann man dich natürlich auch erreichen. Aber ich glaube, das Thema Liebe ist natürlich nach wie vor das größte Thema, oder? Ja, die Liebe und auch die Liebe im Alter. Das fand ich jetzt hier an unserem Tanzpaar so wundervoll, dass sie sagten, egal, wenn man tanzen lernen möchte, schwingt das Tanzbein, egal ob 50, 60, 70, 80. Das gilt auch für die Liebe. Natürlich. Mann, guck mal, ich werde 73 und bin seit vier Jahren Dauer verliebt, kann man ja so sagen. Ja, und das macht jung. Weißt du, es gibt einen guten Spruch. Also, Alter schützt vor Liebe nicht, aber die Liebe vom Alter. Das ist auch sehr schön. Und es geht auch hier darum, und ich finde, das hat vorhin auch die Elisabeth schon so schön gesagt, also traut euch doch einfach mal. Na klar. Weil mehr als dass man ein Nein bekommt, kann ja nicht passieren. Aber vielleicht kommt ja auch irgendwann mal das Ja dann vor. Und wenn man ein bisschen mangelndes Selbstbewusstsein hat, dann kann man eben unter www.astro-tv.de sich die Liebe suchen und dann auch finden. Denn da findet ihr Brigitte Heidemann. Es ist kein Produkt, das man jetzt unter der gebührenfreien Telefonnummer bestellen kann, sondern da muss man sich mal wagen, auf neue Wege wagen und vielleicht wirklich mal in unserem Online-Shop vorbeischauen. Und dann sucht ihr die Brigitte und dann ist es eigentlich selbsterklärend. Also es geht ganz einfach, man muss keine Sorgen haben, man muss keine Ängste haben, man packt es in den Warenkorb. Und von da wird man angeleitet, wie man sich dann wirklich auch diese Audio-CD auf den Computer laden kann. Es gibt keinen Postversand und man kann sofort loslegen. Das ist ja dieses Spannende bei diesen CDs, nämlich, dass man nicht warten muss, sondern ich lade es mir runter. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, heute Morgen will ich es mir schon anhören, zack ist es da. Es dauert vielleicht ein, zwei Minuten, noch nicht mal. Genau und für alle die, die es verpassen oder jetzt gerade unseren netten Plausch verpasst haben, die müssen keine Angst haben. Denn die Brigitte und ich, wir gehen jetzt eben im Anschluss noch mal zum Astro-TV-Shop. Da wartet allerdings erst der Daniel Greivich auf mich, dann die Sabine Lorenz und dann gehe ich dich noch mal besuchen. Ja cool, du kommst zu mir in ein Studium weiter. Ich kommst zu dir in ein Studium weiter. Oder solltest du es noch nicht verraten. Ach du Gott. Wir lüften also, weißt du, ich kann Geheimnisse so schlecht für mich behalten. Machen wir das. Nein, wir gehen jetzt rüber und ich würde einfach mal sagen, wir wollen uns aber tanzend verabschieden. Nicht wir tanzen, sondern wir lassen natürlich tanzen. Gucken wir mal kurz auf den Spruch des Tages, bitte schön, was der uns mit auf den Weg gibt. Pam, pam. Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen. Das hat ja Friedrich Nietzsche gesagt. Pack deine Sache. Ja. Weil, ihr steht schon in den Startlöchern, oder? Deswegen Musik ab. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns, welche Kamera ist überhaupt nicht so ein rotes Licht mehr? Da ist das rote Licht. Ach so. Wir verabschieden uns, sehen uns aber gleich im Anschluss 10 Uhr im AstroTV Shop. Und jetzt nochmal viel Spaß mit Konrad und Elisabeth. Oder wie man es auch sagen könnte, Elisabeth und Konrad. Komm. Brigitte, lass uns gehen. Wir sehen uns, was wir sehen uns. Musik 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 Diese Sendung wurde präsentiert von Maona TV Deine Videothek für spirituelle Filme online unter www.maona.tv Musik 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 Musik